Der Kunde ist ja König, aber trotzdem soll man ihn dazu erziehen, dass er Käse am Stück kauft, denn es ist viel weniger Arbeit für euch und Käse am Stück hält sich einfach viel, viel besser. Jetzt kann man ihm natürlich ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, wie er den Käse zu Hause behandeln soll. Das ist ja auch wieder ein relativ großes Stück und ich habe hier einen Käsescheibenschneider. Mit so einem Käsescheibenschneider kann man wunderbar eine Käsescheibe abschneiden. Das kann man den Kunden gerne so zeigen. Und der zweite Trick ist, Sie haben hier ein großes Stück, Sie können einmal die eine Seite schneiden und einmal von der anderen Seite. Dann haben Sie wieder das Prinzip, der Käse wird kleiner, hat immer einen frischen Anschnitt und so hält alles einfach viel besser.